In DDS-CAD 16 können Sie Kühllasten jetzt noch komfortabler berechnen. Dazu haben wir die bidirektionale Schnittstelle mit der Anwendung ESPO von Equa komplett überarbeitet. In einem einzigen Dialog haben Sie nun vollständigen Zugriff auf alle Gebäude- und Berechnungsinformationen. Die Gebäudetopologie wird in einer intuitiven Baumstruktur dargestellt. Dies ermöglicht, eine einfache Navigation durch die verschiedenen Gebäudeebenen. Darüber hinaus sind hier die Optionen Zoom, Modell aktivieren, Raumfinder und Ergebnisbetrachter verfügbar. Die Tabelle unten im Dialog zeigt die Information zu dem von Ihnen ausgewählten Element. Ebenso ermöglicht Ihnen die Liste die Bearbeitung mehrerer Komponenten gleichzeitig, etwa um thermische Bereiche zuzuweisen. Sie können ESPO direkt aus dem Dialog starten und die Berechnungsergebnisse auf dieselbe Weise in DDS-CAD übertragen. Mit dem neuen Kühllastdialog in DDS-CAD 16 führen Sie komplexe Berechnungen schnell und einfach durch. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Bis zum nächsten Mal.